Mahlzeit Leute, hier sind wir wieder bei mir auf dem Oberteil. So beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, den fahren wir jetzt mal zu hoch zum Hof zurück. Aber ich glaube da müssen wir noch einmal Wasser fahren, die Zellstofffabrik, weil da war kein Wässergen mehr drin. Ich glaube den fahren wir dann jetzt mal auf den Hof. So, fast da. Tanken? Ne, muss er noch nicht. So wieder in die Halle stellen. Oh, nicht so schnell hier. So, dann stellen wir das mal hier hin. So, Abend fertig. So, dann gucken wir mal. Haben wir noch irgendwas? Ein Aufträge, was haben wir denn hier? Serienfeld Nummer 46 mit Zwiebeln. Aha, okay. Seienfeld Nummer 44. Gerste. Das können wir ja annehmen. Schauen wir mal sonst noch was. Ähm. Serienfeld 41. Tabak. Dann kommen die zwei jetzt erstmal hier. So. Sollen wir mal gucken. Oh, mein Monster. So, der hat alles drin. Mal gucken, wo wir hinfahren. Mal gucken, wo wir hinfahren. Hier. Also Feld 44. Also Feld 44. Fauen wir jetzt mit Gerst. Was hat der denn drinnen da unten? Furchtbar was Falsches sehe, Gerste. Feld 44. Feld 44. Mal gucken, wo der ist. So, wo müssen wir lang? Ich habe keine Ahnung. 41, 44 da unten ist es. Das ist eine Richtung. Da ist etwas weiter. Da habe ich auch noch keinen Punkt hin. Feld 44. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall hier komplett durch. Oder muss ich hier runter fahren? Ich könnte ja auch nochmal Richtung Bobby fahren. Freier Stadt links geradeaus. Oh Gott, warum machen wir das so? Bevor ich die Scheibe verbranzle. Das Sprit hat er noch jetzt. Früh genug haben wir da noch. Wunderbar. mal runter. dem listed Untertitelung des ZDF, 2020 Machen wir so ein bisschen was auf Lohne Weil wir haben ja soweit alles, bis im Frühjahr Früher waren da nur noch 1, 2, 3 Felder noch bis zum Frühjahr bis zum Frühjahr bis zum Frühjahr So, jetzt müssen wir normalerweise links fahren wir geradeaus, zu Ende der Straße. So, jetzt müssen wir normalerweise weitergehen. So, jetzt müssen wir mal links, da ist es 44. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das hat man noch nicht drin. Ne, hat man noch nicht. Das ist drin. Ausgenerierung 44. Zwei Bahnen. Weniger. So, und dann hier. Ähm, das ist immer so blöd hier. So. Mal gucken, ob es passt. Rück. Ja, passt. So. Wackelt der denn jetzt so komisch hier? Ah, jetzt geht's. So. Tun wir den Kurs jetzt mal hier. Speichern. Sehen. Sehen. 44. Speichern. So. Warum habe ich den jetzt ausgemacht? Abfahrer. Einstellen. So. Da kann der schon mal rödeln hier. So. So. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu dem anderen noch. So. Warte. Ne, war er nicht. Wer hat denn denn die zweite Sähmaschine? Ach, da ist er. So. Wird auch alles voll. Tanken muss nicht unbedingt sein. So. Und der musste jetzt zu Feld. Ach, der muss auch da unten. 41. Okay. Aber der musste Tabak nehmen. Äh, hab ich jetzt gedrückt. Ne, dann wollte ich es nicht. Dauerlich. Vielleicht geht das denn mit dem Ding hier überhaupt. Doch. Da geht es. Wunderbar. So. Gucken wir mal schnell nach. 41 ist das andere Ding. Das große. An der Tankstelle gegenüber. Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon fertig da unten. Konnte fast nicht möglich sein. Und das ist ja nur ein Ding. So. 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 Vielen Dank. Jetzt fahren wir den gleichen Weg bis nach unten. Ein bisschen geschnittener kann es hier. Wenn wir hinten rum sind, müsste fast schon 44 zu sehen sein. Ein bisschen geschnittener kann es hier. Ja, links neben mir. Das ist immer so alt gewesen. Haben wir es schon mal gemacht. Haben wir es schon mal gemacht? Weiß ich nicht mehr. Jetzt sehen wir jetzt. Säen. Irgendwas mit Säen drin. N21. 44 haben wir gerade gemacht. Heißt nichts. Jetzt waren wir das hier schon drin. 41. Ne, ist noch nicht drin. Das ist noch nicht drin. So groß generieren. 41. 2. Mal runter. Mal weit her gehen bis hier ungefähr. So. Groß generieren. Und zurück. Zurück. Ja, das passt auch. So. Äh. 10. Feld. 41. So. Ja. Haben wir auch. Was denn wenigstens. Ein paar einstellen. Ja, sieht doch gut aus. Ja, sieht doch gut aus. So. Wieder einmal zurück. Wann hat er denn? Oh, 1 Stunde 14. Das dauert aber länger. Ist anständig. Das machen wir dann über ein paar Folgen. Bis er dann hier durch ist. So, gehen wir mal gucken. Der untere auch schön schön fährt hier. Ich wollte gerade sagen wo er hin. Aber das ist ja 45. Äh. Wo ist er hin? Der B-Track ist weg. Ach, da ist er doch. Oh Gott, sagen wir mal rein. Oh, der hat ja schon zweimal rund. Oh, die Gerstie läuft aber schnell. Der sagt gut da unten. Wahnsinn. Der hat ja immer schon so. Ich meine, der wärme normalerweise nicht so schnell. Ach, die läuft genauso. Dann wird's wohl so sein, würde ich schon sagen. Dann wird's wohl so sein. Okay, gucken wir gleich haben wir noch was. Wann haben wir denn sonst noch? Was sich lohnt. Sämaschinen sind beschäftigt. Das können wir jetzt nicht machen. So. Düngen. Robon. Säen. Säen. Düngen. Und fällt 43. Die können wir noch annehmen. Schauen wir mal runter. Warten wir hier noch. Da ist nochmal Düngen. Dreimal Düngen. Ja. Da haben wir die zwei auch. Aber hat sie nicht angenommen. Warum sind sie jetzt nicht angenommen? Sind sie weg? Wieso sind sie weg? Kann doch mehrere Dinge annehmen. Düngen. Düngen. Zwei aktiv. Düngen. Düngen fällt 37. Düngen Nummer 5. Die andere sind weg. Wollen wir hier nochmal. Jetzt wird das angenommen. Na ja. Dann machen wir erst Nummer 5. Gehen wir mal zurück. Gucken wo unser Düngerstreuer steht. Falls er überhaupt Dünger drin hat. Was habe ich denn anderen für benutzt? Ich meine das wäre nicht die große gewesen. Ne der hat Kalk. Ah. Ich weiß was das ist. Der MB Truck war das genau. Der MB Truck ist das. Ja. Genau. Wie ist das. Aber den werden wir dann das nächste Mal runter fahren. Ich habe gerade gesehen. Die Folge ist ja schon so gut wieder zu Ende. Gut. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Die anderen Fahrene müssen wir dann zu Feld 5 runter fahren. Nächste Folge. Okay. Danke fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißen. Neueser Supertal. Ciao. Ciao.